Hallo zusammen und willkommen zurück zum Minecraft Coden, Minecraft Plug-In Coden, um genau zu sein. So, heute wollen wir ein kleines Event kennenlernen und zwar das Block Break Event, das ausgelöst wird, wenn ein Block von einem Spieler zerstört wird. Das bezieht allerdings nicht ein, wenn der Block zum Beispiel verbrennt oder so, sondern wirklich nur, wenn er von einem Spieler quasi abgebaut wird, ja. Okay, wir machen das einfach wie immer im Endeffekt und zwar der Event-Händler handelt einen Event und zwar den Public Fun. Wir schreiben uns da quasi eine Funktion drumherum, Block Break. So, und das ist ein Event, das steht quasi oben drüber, deswegen spare ich mir jetzt das Wort Event hier und wir nennen dann, oder wir haben hier dann ein Event vom Typ, Achtung, Block Break Event. Okay, so und ja, das ist im Endeffekt eine wunderbare Funktion und hier können wir jetzt alles mögliche machen. Jetzt schauen wir uns zunächst einmal die Event-Variable an, okay. Okay, und hier sehen wir jetzt, was wir machen können. Das heißt, wir können hier den Spieler auslesen, wir können auslesen, ob das Ding Item droppt, ja, also ob es überhaupt was abwirft sozusagen. Wir können den Block holen, wir können den Event-Namen holen und wir können die Erfahrung zum Droppen abrufen, okay. So, und was wir jetzt machen können ist, dieser Block Break Event, der wird ja ausgelöst, wenn der Block tatsächlich zerstört ist. Der Block wird zerstört, den wir bei Block auslesen können, von diesem Spieler, den wir hier auslesen können. Das heißt, was wir als allererstes machen ist, wir holen uns den Player in einen Value rein, Value Player, ist gleich Event.Player und dann holen wir uns den Block, ist gleich Event.Block, okay. So, und was wir jetzt holen ist folgendes, wir wollen im Endeffekt genau dasselbe wieder machen, verdammt, ich habe es nicht mehr hier, okay. Aber was wir machen ist, wir sagen, wir bauen uns einen neuen Item-Stack, ja, war Item-Stack, beziehungsweise nein, eigentlich Items ist gleich. So, und jetzt wollen wir selbstverständlich auslesen, was der Block eigentlich droppen würde, ja, wenn wir ihn abbauen, okay. Das heißt, der Block zerspringt ja dann in so kleine Dinge und wir wollen, dass der quasi automatisch aufgesammelt wird, okay. Und das machen wir folgendermaßen, wir sagen hier Block. und jetzt können wir hier die Drops auslesen. Ihr seht hier hinten, das ganze Ding resultiert in einer Mutable Collection aus Item-Stack, ja. So, das heißt, wir haben hier dieses Ding hier auch als Collection aus Item-Stacks rausgetan. Falls ein Block mehr als einen Stack droppt, dann kriegen wir quasi den kompletten Stack. So, das heißt, wir haben hier jetzt eine Collection aus Item-Stacks, okay. Was wir jetzt also machen, ist, wir wollen diese Item-Stacks, die wir jetzt gedroppt haben, also potenziell sind es mehrere Item-Stacks, aber wahrscheinlich ist es nur ein Stack, okay. Aber manchmal kommt das vor, dass es mehrere sind. Das heißt, wir sagen, okay, wir iterieren durch alle gedroppten Items einmal durch vor i in Items und wir sammeln die jetzt auf als Spieler direkt, ja. Das heißt, wir sagen hier Player.Inventory. Das ist das Inventar, das wir holen. Und hier wollen wir jetzt Items hinzufügen, na, dann sagen wir einfach Add Item und zwar fügen wir dann das Item i hinzu. So, und dieses i hier ist ja ein Item-Stack, ja. Weil in Items liegen mehrere Item-Stacks und wir gehen quasi durch jeden Item-Stack durch, das sind dann die i's. Und die fügen wir dem Inventar einfach hinzu. So, fertig. Das heißt, was passiert ist folgendes, wenn ein Block abgebaut wird, wird das Item automatisch hier in unser Inventar eingefügt. So, und jetzt gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an, wie das fertig aussieht. Und dazu müssen wir den... Okay, das dauert ein bisschen, ich schneide das raus. So, wir sind hier fertig, ihr kennt den ganzen Prozess hoffentlich schon. Wir kopieren uns unsere Lib und fügen die als Plugin ein und starten selbstverständlich dann den Server wieder. Okay, und wir gehen mal rein. Ah, ich hab noch nicht gestartet heute. Wir gehen rein. So, und wir sehen, okay, ich hab direkt Diamanten bekommen. Ist völlig egal. Jetzt achtet bitte auf das Inventar, okay? Also, wir können es uns mal ganz kurz hier angucken. Das hier ist Oak und das hier sind Diamanten. Und jetzt baue ich das Ding hier ab und wir sehen, ich hab direkt den Block ins Inventar bekommen, okay? Ich hab ihn direkt bekommen, aber ich kann ihn trotzdem hier auch noch aufsammeln, ja. Jetzt hab ich quasi zwei Blöcke bekommen. Das heißt, ich hab doppelte Menge bekommen, aber einen Teil hab ich automatisch in mein Inventar bekommen, ohne dass irgendwas passiert ist, ja. Und zwar, wenn wir nochmal genau drauf achten, das ist jetzt wahrscheinlich sehr schwer zu sehen, weil es sehr zeitlich eng ist. Ähm, zuerst krieg ich das Ding ins Inventar und dann droppt der Block. So sieht das zumindest für mich aus. So, was wir jetzt also für unser Autoloot noch brauchen, ist folgendes. Wir wollen hier verhindern, dass das Item danach noch rauskommt aus dem Block, ja. Das heißt, was wir jetzt machen, ist ganz unten, wenn wir wirklich hier angekommen sind, sagen wir Event.set oder .isCancelled, heißt das mittlerweile, ähm, ist gleich True. Damit beenden wir quasi den Event, ja. Also, das müsst ihr natürlich nicht machen, wenn ihr den Effekt gerne habt, dass, wenn ihr was abbaut, dass das dann danach, äh, noch, nochmal droppt. Das könnt ihr ruhig auch draußen lassen, wenn euch das gefällt. Aber wir wollen hier, wie gesagt, ein Autoloot schreiben. Das heißt, man baut was ab und dann springt es direkt ins Inventar. Ähm, und ja, jetzt, ähm, haben wir eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt schauen wir es uns mal nochmal an. Aber, kleiner Hinweis, ähm, naja, wir werden gleich sehen, was passiert. Okay, so, und wir kopieren wieder die Lib hier rein. Wie immer, einfach ganz normal. Und wir starten den Server neu. So, und was wir jetzt sehen, gleich, dass, ähm, naja, achtet auf mein Inventar bitte. Ich hab fünfmal Dreck, okay. Merkt euch einfach, fünfmal Dreck. Die sind wichtig. So, und jetzt bauen wir hier einmal den Dreck ab. Und wir sehen, ich hab sechsmal Dreck, aber der Block verschwindet nicht, ja. Weil wir den Event gecancelt haben. Das heißt, ich kann diesen Block unendlich lange meinen. Also, ich hab quasi eine unendliche Quelle. Aber ich krieg natürlich auch leider den Block nicht weg, ja. Das heißt, was wir jetzt hier haben, ist, wir können einfach unendlich lange Blöcke, denselben Block meinen, ja. Das ist ganz geil. Man kann das ruhig drin lassen, wenn man das möchte. Ähm, aber man kann halt die Welt nicht verändern, ne. Und das ist halt nicht so geil. Das heißt, ich kann jetzt aber natürlich auch, ähm, nicht vernünftig bauen, so. Das heißt, das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Ist auch ein interessantes Ding. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten, was dann passiert. Aber wir sind leider hier noch nicht ganz fertig. Das heißt, was wir jetzt hier machen müssen, ist folgendes. Wir sagen, wir wollen hier den Blocktypen auf Material, Material, Punkt, nicht Dirt, sondern ersetzen. Denn wenn wir was kaputt gemacht haben, dann ist es danach normalerweise Luft, okay. Und wenn wir das jetzt noch reinpacken, dann verhindern wir, also der Teil hier lootet uns erstmal das Ding automatisch ins Inventar. Alles, was der Block droppen würde, kommt bei uns ins Inventar. Der, äh, diese Zeile hier führt dazu, dass der Block auch wirklich gemeint wurde, ja. Und diese Zeile hier führt dazu, dass der Block dann nicht nochmal zusätzlich was droppt, okay. Ja, und das ist sozusagen ein kleiner Workaround, damit wir dieses Auto-Loot-Plugin hier machen können. Und, ähm, wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Ich starte mal ganz kurz den Server neu. Okay, so, da sind wir wieder. Und jetzt fange ich hier mal einfach an, den Block zu meinen. Und wir sehen, ich habe, der Block hat nichts gedroppt. Ich habe 17 Dirt in meinem Inventar jetzt, also jetzt nach dem Meilen. Und der Block verschwindet aber und es ist Luft, okay. Ich kann auch durchlaufen und ich kann auch Sachen reinsetzen jetzt. Also das geht jetzt. Ähm, ich mache das nochmal kurz. Ihr seht, es hat funktioniert. Also das heißt, ich habe jetzt 17 danach in meinem Inventar, aber die Blöcke droppen quasi nichts mehr. Ich mache jetzt das mal mit einem Block, der weiter weg ist. Wir sehen, ich habe es ins Inventar bekommen, aber er hat auch nichts gedroppt. Also, ich versuche es nochmal mit einem Block zu machen, der weiter weg ist. Wir nehmen jetzt mal den da hinten. Und wir sehen, ich habe es ins Inventar. Er hat nichts gedroppt. Und wenn ich das Plugin nicht hätte, müsste ich jetzt natürlich hinlaufen und das aufsammeln. Das ist quasi mein Autoloot. Ähm, relativ simpel. Wirklich nur ein paar Zeilen Code an der Stelle. Danke Kotlin, mit Java wäre das deutlich länger geworden. Aber, ähm, ja, ist relativ angenehm. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und ihr habt neue Ideen bekommen, was ihr machen könnt. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch machen kann, dann schreibt mir das ganz kurz. Und, ja, dann schauen wir, ob wir das auch machen können. Am besten irgendwie wirklich konkrete Sachen sagen. Also, wie mache ich das, wie mache ich das Code ausgeführt wird, wenn ein Block zerbricht, zum Beispiel. Wirklich so konkret. Und ich versuche mir dann irgendwelche leichten Sachen zu überlegen, die man dann da eben auch draus machen kann. Gut, alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und, ja, bis dahin. Viel Spaß beim Coden. Und bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.